Ganz ehrlich, wie geht das hier? Dieser Kampf ist schaffbar. Die beiden sind auch mit sieben Meinstiefeln ausgestattet, dass man sie nicht festhalten kann. Mr. Seidank endlich kommt, adoy. Das stimmt, ist doch. Natürlich seid glaubt, als glaubt der Ärger begann. Ich bin so einmütig, halb, irre und ich hab nicht mal die. Dann mach nicht, solange es in meiner Wacht steht, etwas dagegen zu tun. Zehe! Ich bin so einmütig, aber ich kann nicht helfen. Aha. Ja, mein Schatz. Was ist es diesmal? Ich tu. Ich bin so einmütig. Na? Okay. Dawn ist tot. Ja. Endlich. Halb. Irre. Und ich hab nicht mal die. Dann macht nicht so lange es in meiner Hand. Es ist immer wieder der Traunasse. Ich höre zu. Die Macht der Unwärme. Aha. Weiter Männer! Ja? Das ist das nächste Mal. Was euer Wunsch ist. Sagt an. Schätzchen. Beschützt mich. Der Ogre ist halt auch... ...recht nervig. Und das war wieder Dawn. ...miss da sei Dank. Adai. Das stimmt. Ich wollte... Natürlich seid ihr das nicht. Euch wurde gerade die große Ehre glaubt. Ich glaub. Der Ärger begann erst... Ich hab nicht mal die Schule abgeschlossen. Dann macht doch nicht so lange es in meiner Hand. Wie kann ich helfen? Worum geht es Ihnen dagegen zu tun? Die Macht der Unwärme mit den Magien. Weiter Männer! Dann ist es nicht ganz jung. Wie kann die Hälfte geben? Ich mache Ab 방s. Ich bin mit dem itemslicht. Das ist Leip. Neят. Wenn alle zu ihr possibility种. lab Gef79 nudos. Und sie re Breadth eteneln ein St� einfach kurz au dieta Ja, da nervt mich gerade halt. Wie kann ich helfen? Au? Okay, langsam habe ich das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Aber ich posiere es noch einmal. Versucht, Schritt zu halten. Na, in Ordnung. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mr. Seidank. Adoy. Das bin. Das stimmt. Ich wollte. Natürlich seid ihr das nicht. Euglaubt. Euglaubt. Der Erd. Ach. Als der Rundgott. Wenn ich halb. Ihr werdet. Und ich hab. Dann macht doch nicht, solange es in meiner Wache steht, etwas dagegen zu tun. Sprecht und verschwinde. Worum geht es diesmal? Die Macht der unbändigen Magie. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sänger der Nacht. Wo? Wie ihr wünscht. Mit einer Kraft. Ich höre zu. Fürs Erste. Ja? Ich brauche ein Bier. Wo die Raum? Nur zu Kraft. Jetzt rette ich die Lage. Ja? Ihr bleibt zurück und geht ab. Ich kann... Volker! Ich kann's helfen. Komm, krieg ich Ekador Tod? Der ist im Tode, na? Jetzt rette ich die Lage. So, Ekador ist tot. Weiter, Männer! Weiter, Männer! Ah! Also ich glaube, Dorns Furchtaura hat da ziemlich viel geholfen. Das spielt keine Rolle. Wir haben uns um die Roten Magier gekümmert. Wie praktisch, dass ihr euch den Kampf mit den Roten Magiern erspart habt. Was wollen die Roten Magier eigentlich mit den Hasardeuren? Sind wir mal so. Nehmen die zwei. Oh, ich hätte es durchaus vorgezogen, an eurer Seite zu kämpfen. Jedoch als Anwender der unbändigen Magie kann ich das Resultat meiner Zauber nicht immer voraussehen. Die Roten Magier verfolgen mich und eure Freundin Nera, um uns zu untersuchen. Oder auch nur unsere Gehirne. Sie wollen herausfinden, warum wir über die Macht des Arkanen Chaos verfügen und sie nicht. Könnten wir aufhören, über das Sie ziehen, unsere Gehirne zu reden? Bitte. Oh, natürlich, Liebes. Goblins beschworen, als Gott fährt, von einem Hopgoblin eingesperrt. Wie wäre es mit etwas Dankbarkeit? Das war das zweite Mal in Folge, dass wir euer Leben gerettet haben. Ihr wart dabei, Nera beizubringen, wie sie ihre unbändige Magie kontrollieren kann. Seht ihr? Und das ist das Problem. Nach all den Jahren, in denen ich unbändige Magie praktiziere, kann es immer noch passieren, dass ich einen Stamm Goblins anstelle eines Erbseneintopfes beschwöre. Niemand kann unbändige Magie kontrollieren. Das Beste, was man tun kann, ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Denn früher oder später wird es passieren. Kommt schon, alter Mann. Niemand erreicht euer Alter, ohne das ein oder andere gemeistert zu haben. Ihr solltet inzwischen wissen, wie man diese verrückten, unbändigen Wogen vermeidet. Moment mal, ihr verheimlicht mir etwas. Aber nein, Liebes. Die Kunst besteht darin, die Nachteile ebenso zu akzeptieren wie die Vorteile. Ihr beschwert euch ja auch nicht, wenn euer Feuerball einen ganzen Tollstamm einäschert. Ihr solltet nur bereit sein zu improvisieren, wenn es stattdessen Blütenblätter auf die Trolle regnet. Das Aufregende an unserer Zunft ist, dass man nie weiß, was als nächstes passiert. Ich hätte nie die Freuden des Daseins als Frau entdeckt, wenn diese eine Woge letzten Sommer nicht gewesen wäre. Das kann doch noch nicht alles sein. Ihr wärt niemals so alt geworden, ohne ein Ass im Ärmel zu haben. So gesehen gibt es vielleicht doch eine Sache, die ich euch geben kann. Sie ist nicht in meinem Ärmel, sondern um meine Hüften. Ich habe diesen Gürtel damals für meine gelegentlichen Abstecker in die Stadt entworfen. Aus Versehen jemandem beim Händeschütteln einen Schock zu versetzen, kann man noch als Fahrlässigkeit abtun. Aber eine durch die Stadt laufende Riesenspinne mit der Stimme eines alten Mannes. Das geht einfach nicht. Heutzutage besuche ich nur noch selten irgendwelche Ortschaften. Also wird er euch möglicherweise mehr Nutzen bringen als mir. Und vielleicht auch etwas Unbeschwertheit. Ja, das ist ein sehr großzügig, vielen Dank. Oh, Freude. Nach dem weiten Weg bekomme ich ein Gürtel. Er passt nicht mal zu meinen Sachen. Oh, glaub nicht, ich hätte euch vergessen. Seht, wie ich meinen sagenhaften Schatzhaut herbeirufe. Nur für euch. Warte, ist das wirklich glücklich, was zu mir... Na, hoffentlich wird das kein Auto aus Erbsen eintoppt. Ich habe dabei ein ungutes Gefühl. Nehmen wir die zwei. Nein, das ist nicht fair. Ich bin so weit gereist, habe so viele Hindernisse überwunden und so viel investiert. Und er verschwindet einfach. Ähm, entschuldigt bitte, aber investiert habe ich auch. Ohne mich wären die Dinge sicher nicht so glimpflich gelaufen. Entschuldigt bitte. Ach, aber natürlich habt ihr geholfen. Wie konnte ich vergessen, dass es hier stets nur um euch geht? Ähm. Neuer Tagebuch-Eintrag. Seid ihr ein Gott? Ähm. Ist er abgeschlossen? Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Sehe gerade nicht, dass seid ihr ein Gott. Ähm. Nö. Nö. Ja, der Hasar de Adol wurde von eben jeden Goblins gefangen, die er versehentlich heraufbeschworen hatte, als er sich seinen Nachbarn zubereiten wollte. Das Gute daran war, dass sie ihn wie einen Gott verehrten. Das Schlechte war, dass ihr Gott gerne Baumrinde und rohe Schnecken isst. Noch viel schlimmer war aber, dass ein harter Hobgoblin-Bursche namens Rockdog von der Sache erfahren und sich entschieden hatte, Adol als Gefangenen zu halten, sodass er sich selbst zum König der Goblins ausrufen konnte. Glücklicherweise konnte ich Adol aus der Gefangenschaft befreien. Unglücklicherweise habe ich auch so den Roten Magier Ekandor direkt zu einem weiteren Hasardeur geführt, den es für ihn gefangen zu nehmen galt. Schließlich habe ich aber mit Hilfe von Nera und Adol, diesem Empführer aus den Reihen der Roten Magier, sein Ende bereitet. Worum, wie ihr wünscht. Ah, ja. Geld, Geld. Steinhaut. Venera. Eine reisende Robe, die ich nicht anziehen kann. Dieser schmale Hirschschlädergürtel ist mit Kaninchenfell gefüttert. Minus Rüstung, Rettungswurf, Minus 5 gegen Versteinerung und Verwandlung. Äh, ja Nera ziehe dich das mal an. So, jetzt will ich mal kurz einen Quicksafe machen, weil Steinhaut. Steinhaut will ich unbedingt lernen. Ernsthaft? Nera hat doch die Intelligenz dafür. Ja, 17 reicht vollkommen aus. Na, also. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht. Äh. Gut, dann können wir uns in der nächsten Folge in dieser Enklave weiter umsehen. Erstmal wird gespeichert. Das wäre jetzt 11, oder ja. Let's play 011. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss etwas mehr mit demム nella dienstenhüberg. emissions. 材vahrebsbarybsbarybsbarybsbarybsbarybsbarybsbarybs anchor. Und dann, ich hoffe, ihr müsst aspire. Irgendwo ist es das eine über prohib subjects. такая be enough. Ich war es, ja. Denn wir wollen nicht mehr so raus.